Paul, was für Musik hörst du gern? Alles mögliche, aber am meisten Pop, Rock und Klassik. Warum? Ich habe Karten für ein Konzert, würdest du mitkommen? Was für ein Konzert? Maria Kari Wann ist das Konzert? Morgen Abend um 8. Ja, ich komme gerne, wollen wir vorher zusammen Abend essen? Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns in dem Restaurant gegenüber meiner Wohnung essen. Ich weiß, welches Restaurant du meinst, wir waren da schon einmal letzten Monat? Ja, das stimmt, du hast ein gutes Gedächtnis. Again without translation. Paul, was für Musik hörst du gern? Alles mögliche, aber am meisten Pop, Rock und Klassik. Warum? Ich habe Karten für ein Konzert, würdest du mitkommen? Was für ein Konzert? Maria Kari Wann ist das Konzert? Morgen Abend um 8. Ja, ich komme gerne, wollen wir vorher zusammen Abend essen? Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns in dem Restaurant gegenüber meiner Wohnung essen. Ich weiß, welches Restaurant du meinst, wir waren da schon einmal letzten Monat? Ja, das stimmt, du hast ein gutes Gedächtnis. Doch, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020